so willkommen zurück auf CSGO 500 wir geben will ein bisschen weiter verlieren und dann verlieren unser 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 geld ich hab nix ich bin nix ich hab ich habe 200 oder bachstreiches 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 ja darauf wollte noch auf gold gerannt im letzten moment ich hoffe hier auch was rauskriegen ich glaube eine sehr kurze folge wenn wir jetzt gewinnt eigentlich hatte ich ja auch richtig vor richtig vor kurze seiten hier noch eine serie zu machen und ich denke mit dem 25 wuchs die graz kriegt wo tag spielen nicht mehr oder ja so großen erfolg hatte kein gewinn habe ich das kollektiv machen es ist die schöne der erfolg hatte jetzt mal so gesagt aber ich hoffe ja auf die großen gold der großen golden ist also das verfolgt geil wir wissen wie oft ich gehe sage weil sie auch nicht um heftig viele sind hier haben wir im kandidaten hier level 500 die kriegen glaubt 2 oder 50 täglich einfach gratis ist das nicht heftig finde ich auch dreh das rad dreh das rad und gib mir was dreh geht mir nix hat er nicht gehört vielleicht fand ich ich konnte in der aufnahme hä schnell drüber reden ich bin hier bei 16 jahr ich bin überzeugt dass man mit der taktik hier was machen kann aber ob man mit 25 buch ziehen was rauskriegen kann ich bin ein bisschen anzusammeln aber die rot ich habe zeit ich habe auch zeit ich habe zeit ich bin ja auch noch drei stunden lang spielen ich bin ich auch dass dieser account hier schön hochgebracht wird zu retten namens account kann ich auch mal viel machen irgendwann mal da kann man nämlich täglichen gratis kinder abholen das ganze nette klappt nicht immer aber meistens 30 wenn ich auch automatisch setzen lassen so ist heute ist halt so ja 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 rot 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 ist gut 10 wir sind 10 im profit eh 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 mal 10 auf gold und 50 auf die anderen zwei die vielleicht so 100 mehr machen für die folge mal probieren ob man so schafften aber-auf-gold stehen also auf gold stehen oder machen dann nicht was ich Kruste uh 55 recht 10 auf gold also ich würde richtig riskant ich were jetzt richtig riskante betten hier nicht dass ich hier noch pleite gehe weil sie zu viel Säte kann ich leider nicht mehr machen folgt mir auf Twitter für Infos und mehr wenn ich mal eine Folge ausfällt das kann nur passieren das ist es nicht schafft weil dieser Zeit ist doch ziemlich groß die hochladen muss, ist das nicht ganz groß dauert ein bisschen langer aber ich mache das nicht gerne schreibt mir das an, wenn mal ein Video zu spät kommt ich habe euch gefallen das Video gefallen, ein Like und Abo zeigt mir das natürlich ja und schreibt mir auch, dass ihr das scheiße findet das ihr verloren habt das ich hier verloren habe aber ihr evoliert nicht ich hoffe ihr werdet reich bis morgen und auch nicht wenn ihr Bock habt wenn ihr mich hasst übernehmt nicht mehr dann kann ich auch mit leben ok, das war es bevor nach der Goldzeit kommen wir in die Aufreger bis dann 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 die 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 die